Wir kochen heute, weil wir müssen eine ganz, 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 ganz wichtige Person heute überzeugen. Und vielleicht auch mich mit einem Abo. Also das Erste, was wir jetzt erstmal hier addressen müssen. Warum spielt die FNAF-Musik hier bei Chef Ramsay? Ja, diesen Koch müssen wir überzeugen von unserer Kochqualität. Aber was hat das mit FNAF zu tun? Einfach total random der FNAF-Sound eingefügt. Egal, Play. Ah. Danke, Chef, der das Privileg hat, von mir zu lernen. Warte mal, wenn wir ein Meisterkoch sein wollen, muss man uns ein bisschen wehtun anscheinend, oder was? Fein. Hey, Ramsay! Okay. Gordon, du bist extrem gut getroffen in diesem Videospiel. Und ja, ist das ein Horror-Game, falls ihr euch das noch nicht bewusst seid. Aber schaut's mir den an! Also wir müssen eine Tomate finden, eine Kartoffel und so weiter. Wir können nicht rennen. Weiß nicht, ob das gut ist. Wir haben die Kartoffel. Und ich hab immer das Gefühl, ich... Äh. Was? Okay, du hast anscheinend ein... Walking Limit? Soweit du nicht mehr gehen kannst, dann ist... Ramp safety sauer und Jumps get ich. Alles klar, jetzt hab ich alles gesehen. Ich werde meinen Kochhut, den ich eh schon abgelegt hab, einfach symbolisch nochmal ablegen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Da ist... ...le Tomate. Da ist... ...le Kartoffel. Ah, und da ist das Letzte. Der letzte Ingredient. Ha! Oh, Gottes Willen. Ui, was ist das für ein... Oh, für ein Farbverlauf. Oh! Da muss ein Weg sein, um länger zu überleben. Was? Mix. Mix. Okay. Oh, wie ihr mich anschaut! Ja, ich mach ja schon, Gordon. Der schaut sehr kritisch. Ja, schaut nicht noch kritischer, als wie du eh schon kritischer ausst. Ich werde... Was ist das für eine Pampe da? Was ist das? Was ist das? Äh. Pff, was ist das? Was ist das? Oh, nö. Ist das eins von solchen Spielen? Ah, schau, wie wieder läuft. Doink, doink. Ich kann das gar nicht ernst nehmen. Außerdem ist Gordon Ramsay langsamer als ich. Boink, 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 boink. Hi, 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 hi. Ach, Gordon. Ach, du bist gerade so putzig. Bum, 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 bum. Ja, komm. Bisschen schneller. Ist euch auffallen... Ja, ich hab den Ton bewusst jetzt in der Stelle leiser gemacht. Ist euch bewusst auffallen, dass sich der Kochlöffel immer noch bewegt? Und ich sollte mich langsam schnappen lassen, dass dieser Albtraum endet. Ich kann nämlich nicht fliehen. Ach, komm, Gordon. Einmal nochmal hier rum. Weiß es du bist. Mach hier mal einmal eine Ehrenrunde. Diese Bewegung ist halt so genial. So, da, komm. Schnapp mich. Das ist ein seltsames Spiel. Einmal... Oh, oh, ich geh schneller. Äh, langsamer. Das ist nicht schön. Nee. Ja. Schön ist, dass es sehr schnell... Oh Gott. Komm, mach weg, mach weg. Das ist ekelhaft. Ja, mach. 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 Hallo? Mach. Bitte? Hallo? Ja, mix. Muss ich das einfach schnell mixen? Ich drücke mal E. Also, ob mein Leben davon abhängt. Aber ich glaube, ich mach das. Falsch. I don't know. Und ich weiß auch nicht mehr... Ich weiß nicht, was ich... Oh, da ist ein Koyaku. Ah! Und ich weiß halt nicht, was ich ab hier machen soll. Er ist irgendwie stinksauer auf mich und ich weiß nicht warum. Kann ich einfach gehen? Nee, null. Du kannst halt nichts machen. Probier das doch erstmal, weißt, bevor du mir da die Hölle heiß machst. Boah! Was ist das für ein komisches Spiel eigentlich? Also, folgendes. Ich glaube, jetzt habe ich es rausgekommen, was ich machen muss. Also, er muss schon auf dich sauer sein. Du musst von ihm fliehen und du musst immer wieder schauen, dass du weiter mixt. Und das Ganze weiter verrührst. Das ist anscheinend das ganze Ziel davon. Alles klar. Das machen wir jetzt auch. Dann müssen wir ein bisschen wegleiten, dann wieder hier weitermixen. Dann schaffen wir das auch. Also, ich hoffe mal, das ist so richtig. So, das muss ich nur weit genug wegleiten davon. Sehr weit wegleiten. Dann wieder zurück. Dann wieder zurück. Ja, siehs, siehs, siehs. Ich muss... Ach, lol. Wieso hat mir das vorhin niemand gesagt, dass ich einfach weitermixen muss? Weiter rühren. Ich bin rührig. Komm, mix, 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 mix. It's all in the mix. Auf geht's. I wetters mixen and I wetters choppen. Ha, wir haben es geschafft. Mixing, stirring, chopping. Chopping, mixing, stirring. Das ist mein Nöes Leben. Oh, das ist ja fertig. Nice and dice. Wir haben es geschafft. Die Musik hört halt nicht auf. Oder... Escape. Tape. Oh, nein. Ach, nö. Äh, wie will ich hier fliegen? Äh! Äh, 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 toll. Fliehen. Wie? Er ist vor mir! Und das Problem ist, wenn er mich schnappt, dann ist wieder game over und ich kann den ganzen Zauderer da schon wieder machen, weißt. Ja, aber ich hab keine Wahl. Es ist so unglaublich nervig. Oh. Äh, lol. Ich kann ja nicht flüchten, Ramsey. Oh, now I get it. Äh, nichts leiden. Oh, nein. Es ist eins von solchen Spielen. Okay. Du musst ihn anschauen, damit er sich nicht bewegt. Alles klar. Nein, Ramsey! Nein, Ramsey! Da ist die Tür. Ha! Wir haben es geschafft! Find, mix, stir, cook, serve, repeat. Find, mix, stir, cook, serve, repeat. Find, ja, ja, I get it. I get it. Ist ja gut, Ramsey. Äh, oh! Das Essen, das sieht so komisch aus. Es bewegt sich. Es ist halt, nee. Oh, wir sind fast ein Meisterkoch. Fast. Fast. Aber es ist mehr zum Schaffen. Und so weiter. Ist jetzt nicht unbedingt richtig übersetzt, aber egal. Was hat der Typ mit seiner FNAF-Musik? Oh, äh, servieren wir jetzt das Essen. Okay. Dann werde ich dir dieses schmackhafte Essen mal servieren. Servieren, Ramsey! Hau du nicht immer die ganze Zeit ab! Ich will ja nur das Essen geben, weißt. Willst du mich verarschen? Der will mich verarschen! Hab ich so das Gefühl? Nö, wie komm ich auf so'n Gedanke? Der verarscht mich doch nicht. Nee, 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 nee. Doch. The ultimate troll! Äh, Achtung, sieh, Licht geht aus. Oh, nein! Wie konnte ich das nur hervorhersehen? Äh... AAAAAAIN RINDI-AIN! Oh! Sag nicht das ist... Nein! Nein! Äh... okay... LOL! Also, letztendlich... Das Spiel ist wahrscheinlich vorbei! Und da lad... äh... delete... random... Video... äh... von Hell's Kitchen. Okay, damit lasst ich's für euch gut sein, jetzt haben wir mal Chef Ramsay's gesehen, oh Gott, das war's ganz witzig, aber dann wurde's einfach nur noch anstrengend, ganz ehrlich. Es ist, was es ist, das ist alles, was ich da so zu sagen hab. Und damit lasst es auch für euch gut sein, es ist ein Spiel. Nervset! Aber dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Macht's gut!